Also, falls ihr euch gerade fragt, was ich im Asriel mache, ich sag's euch gleich, es kommt erst das Intro, na, also mir fällt auch ehrlich gesagt grad nix besseres ein, was ich jetzt sagen sollte, ich kann natürlich auch wieder kommen mit, äh, hallo meine Freunde und blablabla, willkommen zum neuen Let's Play, etc. pp, aber, na, also, ihr wisst Bescheid. Also Leute, erstmal, hi, ich bin der Andi. Da ich ja jetzt aktuell im Asriel bin, was ja manche sehen, ähm, die Frage ist natürlich erstmal, warum bin ich da drin, das ist ein ganz einfacher Grund, ich hab in Twitch, hab ich meine Kanalpunkte eingeführt, äh, mache einen Run, so, einer war wieder ganz witzig gewesen und hat mir den Asriel reingedrückt, äh, was dann nicht so geil war, weil die Portale im Run, also, nee, sagen wir es mal lieber davor, so, ich dachte ja eigentlich, ja, okay, Asriel, äh, wird schon lockerflockig gehen, na, außer die Portale, die werden wahrscheinlich ein bisschen knifflig, aber man kann ja alles im Wiki nachlesen. Äh, ich hab da gar nix gerafft, Gott sei Dank war der Jektar dabei, der mich durch diese ganzen Portale da durchgejagt hat, äh, weil sonst wäre ich wahrscheinlich im Asriel, ich wäre wahrscheinlich nicht einmal bis zum Asriel gekommen und hätte, hätte, also, na, ihr wisst, was ich meine. Aber was ich daran festgestellt hab im Asriel war, der Run an sich ist ja trotzdem eigentlich ganz cool, außer die Portale. Sonst an sich ist er ja eigentlich ganz geil, von der Mach hat er, Mach, Art, oh Gott. Aber, was ich ein bisschen schade finde ist, warum kann man zum Beispiel einen Asriel, den könnte man doch super aufpeppen, wenn man diese Truhe des Asraels, wo ja nur noch sowas wie Seelenkristallschmuck und Waffen und Rüstungen, die eigentlich eh keiner so wirklich braucht, auch gerade in dem Run, war vielleicht mal früher ganz interessant, jetzt aber nicht mehr. Da könnte man doch auch solche Sachen einfach einführen, wie vielleicht mal ne Schmiederhandbuch, mal ein Switcherchen, mal, ihr wisst, was ich meine, ne? Man könnte bestimmt die Truhe einfach mal sehr schön aufwerten, um den Spielern ein bisschen was zu geben, dass der Run mal wieder lukrativ ist, weil, seid mal ganz ehrlich, wer macht denn aktuell einen Asriel-Run? Also, man könnte den super aufpeppen. Wäre doch mal ein Gedanke für die Gameforge. So, weiter geht's jetzt damit, dass wir wieder im Rassador sind. Ab und zu farme ich den mal, aber aktuell sind die Passierscheinpreise sehr, sehr hoch. Ich meine, gerade auch wegen dem EXP-Event etc. Da sind die Passierscheine teilweise zwischen 20-30 Karka sogar richtig hochgegangen. Also, ich glaube, das Teuerste, was ich bis jetzt gesehen habe, sind 30 Karka. Wenn man dann überlegt, dass man zwei Chars mitnimmt, sind wir bei 60 Karka. Und der Loot einfach von den Truhen kann ja zwischen 8 und 10 sein. Die Truhen sind aktuell auf dem Markt für so 8-10 Karka. Also, wirklich viel in so 20-30 Minuten an Gewinn kommen nicht rum. Vielleicht mal 40-50 Karka, wenn es gut läuft. Aber da ist der Rassador aktuell nicht zu empfehlen, meiner Meinung nach. Hier habe ich mir noch Feuerschuhe plus 7 mit 2K, 5 Krit, 5 Ohnmacht für 20 Won gekauft. Alles gut, ich weiß, es sind keine 10 Krit, aber für den Preis für mein Vasu waren sie völlig ausreichend. Wir haben noch ein Falkenschild, was wir letztens für 6 Won gekauft haben und an unseren Kollegen Swutzi verkauft. Für 12 Won, da hatte ich auch ein bisschen mal gut Gewinn drin gehabt. Der Preis war trotzdem noch völlig in Ordnung. Was wir hier noch sehen, meine Rubino-Ringe, die ich abbe. Warum abbe ich die? Zum einen, wenn man zum Beispiel den Zodiac macht und am Ende den Boss defen will, dann werden Rubino-Ringe an sich gar nicht schlecht. Und abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, wie im letzten Let's Play, noch gar nicht großartig Zodiac selber gemacht habe. Wenn du mal irgendwas defen willst, sind die, glaube ich, mal gar nicht verkehrt. Ich habe auch schon manchmal mit dem Gedanken, Spiel die zu verkaufen, aber ich glaube, wenn man die Dinger mal hat, plus 8 wenigstens oder so, wenn sie dann plus 8 gehen, dann ist das schon vielleicht ganz okay. Meine Dinger kosten nicht viel, Appen ist jetzt auch nicht gerade wirklich teuer. Klar, weiße Perlen, da muss man immer gucken, wie es mal abläuft. Also es sind am Anfang immer ein bisschen gut gefehlt. Jetzt haben wir den plus 8er Versuch, welcher auch geklappt hat, Gott sei Dank. Da muss ich aber wirklich sagen, die gehen echt, also die gingen echt fix hoch. Also es war, puh, aber weiße Perlen sind auch schon 8, 9 Kaka, davon auch nicht unterschätzen. Ja, wie auch im letzten Let's Play schon gesehen, habe ich meinen Wahlknochenpanzer nicht aufgegeben, also er wird wirklich konsequent weitergehabt. Muss auch sagen, ist schon natürlich recht teuer, die ganzen Titandioxide, die man für plus 7 ausgibt, kosten natürlich auch schon so zwischen 1,5 und 2 Wochen. Aktuell sind sie vom Preisgeschehen her wieder ein bisschen günstiger geworden, muss man sagen. Ich glaube auch aktuell so 1,2, 1,3. Jetzt haben wir gesehen, wieder ein bisschen fail gegangen. Jetzt kaufe ich wieder ein bisschen was nach und das war halt, also man muss auch sagen, das war auch im Stream gewesen, wo ich gesagt habe, Leute, ich habe nicht viel Zeit, ich muss zum Nachtdienst, wir müssen jetzt einfach die Rüssi straight durchappen, bis das Geld alle ist. Also ihr seht noch unten, 300 Kaka war noch da gewesen. Jetzt sind mir gerade die Up-Items ausgegangen. Jetzt haben wir es auf plus 7 geschafft und jetzt kommt der Versuch auf plus 8. Und war halt ganz geil, also es hat dann wirklich geklappt und ich so, oh Digga, ich kann nur noch einmal upn oder zweimal, wenn überhaupt, na. Und dann hat es dann echt noch geklappt und ich so, puh, vor allem mit der Drachensigi, das darf man hier nicht vergessen. Alle haben wieder gesagt, boah, nimm doch Schmiede, nimm Schmiede, Digga. Ich so, nein, wir nehmen die Drachensigi, weil Drachensigi trotzdem immer noch günstiger ist und habe ich, wie gesagt, ein bisschen bessere Erfahrungen gemacht damit. Wir haben jetzt gerade noch gesehen, ich habe einen Tigerplattenpanzer gekauft, mit 50 Angriffswert, 10 dp absorbieren. Darauf kommen wir aber gleich wieder zurück. Hier nochmal die ganzen Rassaturkisten. Wenn man natürlich so eine Sache bekommt wie eine Flamme, dann lohnt sich der Run. Aber halt auch nur, wenn du so eine Flamme bekommst. Eine Flamme ist aktuell, glaube ich, ca. 1,4 Won wert. Also ich sage mal so, wenn du halt dann, so sagen wir mal, neun Rassatur-Druhen hast, die sind dann vielleicht, gehen wir mal von 8 Kaka ungefähr aus, sind dann 72 Kaka insgesamt. Passierscheine insgesamt zwei Stück, 50 Kaka, das ist schon, puh. Aber wenn du eine Flamme rausbekommst, dann ist ja lucky. Aber das Glück musst du halt auch erstmal haben. Was wir hier noch haben, meine Schami, meine zweite Schami von Basu. Ähm, Segen auf G gelesen, jetzt für die Grotte bereit machen. Habe ich einen Phönixhut gekauft mit 20 Teufel, 15 Blitz für 10 Won. Ist eigentlich ein sehr, sehr guter Preis, muss ich sagen. Was willst du mehr eigentlich von den Bonis her? Also für 10 Won gerade mal auch so einen Helm zu finden, fand ich eigentlich nicht schlecht. Noch eine Holzhalskette gedreht, wenigstens 1,5 KTP. Für die aktuelle Situation im SD3, das momentan Feuer-Dev bei den Spinnen hilft und auch Kraft des Feuers, finde ich persönlich ganz geil, muss ich sagen. Uiuiui, jetzt kam es mir aber gerade kurz hoch, ey. Uiuiuiui. Ähm, ähm, äh, ähm, SC3, Feuer-Dev finde ich gerade... Also, also, also jetzt nicht wegen, äh, naja, also nicht wegen Feuer-Dev kam es mir jetzt nicht hoch, aber, äh, wisst ihr Bescheid. Ähm, ich finde eigentlich die Idee mit Feuer-Dev im SC3 ganz cool, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum Feuer-Dev, aber wahrscheinlich gab es halt gerade nichts anderes in dem Moment. Aber ich finde eigentlich Feuer, der finde ich eigentlich ganz cool, dass man das eingebracht hat. So haben auch viele andere Low-Level-Chars bessere Möglichkeiten, um sich im SC3 behaupten zu können, sage ich jetzt mal. Können auch viel mehr Level-Dienste angeboten werden. Chars sind auch einfach auch schneller gelevelt. Manche haben sich wieder darüber beschwert und haben gesagt, warum macht man das? Da tut es ja wieder so viel damit entwerten. Sehe ich gar nicht so. Also ich finde es eigentlich total geil. Feuer-Equipment wird einfach vom Preis her teurer. Es wird lukrativer. Mehr Leute können wir wieder entspannter einfach mal leveln, sage ich jetzt mal. Und müssen nicht immer wieder gefühlt einen Exelring haben oder den Rubin, damit wieder alles funktioniert. Du kannst auch einfach ohne Altium SC3 rumlurken und kannst hier einfach mit Feuer-Dev-Equipment, kannst ja auch recht, also du musst halt, also ist jetzt nicht so, dass du gar kein Feuer-Dev-Equipment brauchst. Also du brauchst schon recht viel Feuer, damit es auch vorangeht. Aber es geht definitiv besser voran als davor und das finde ich an sich eigentlich ganz cool. Genau. Jetzt haben wir noch die Szenen hier mit dem Tikka-Plattenpanzer, den ich gekauft habe, mit 10 TP absorbieren und 50 Angriffswert und 10 Wind. Man muss dazu sagen, ich habe nochmal zwei Bonis reingefeuert und da kam halt einfach nochmal 500 TP drauf und das habe ich halt auch übel abgefeiert. Wir mussten halt einen steinender Hast reinbringen, ist halt vier, fünf Mal fail gegangen, ist dann auch wieder 150 Kaka circa gewesen oder 120. War jetzt auch nicht gerade wenig Geld, finde ich jetzt zumindest, aber am Ende hat es ja trotzdem noch funktioniert. Jetzt kaufen wir uns noch für unseren Vasu einen 100er Helm plus 8 für 7 Wollen mit 15 Feuer. Zu dem Zeitpunkt ganz cool gewesen, weil da ist immer mal mit dem Rassador reingelaufen. Und ja, jetzt haben wir noch drei Switcher bei die Zodiak-Lefe. Ja, ist wie erwartet natürlich nur Crap gekommen einfach. Das ist ja sehr, sehr schade. So, wir sind eigentlich schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich muss jetzt nur nochmal meinen Shop suchen, dann nehme ich euch mal mit. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe den jetzt die ganze Zeit echt nicht gefunden. Kennt ihr das, wenn ihr so auf der Handelsmap seid und dann lauft ihr mit euren Main so rum und dann so, ah, da, da irgendwo ist mein Shop. Ich meine, ich könnte natürlich genau mein Glas des Handels anwerfen und danach gucken, aber wird mir auch nichts bringen. Also das übrigens ist nicht mein Shop gewesen, das war nur von Bilden-Kollegen. Und jetzt suche ich ihn immer noch verzweifelt, weil ich mir so dachte, okay, irgendwo hier in dem Bereich habe ich ihn irgendwo da. Und ja, da habe ich ihn auch gefunden. Harter Frau, ja, harter Frau ist mein Shop-Name. Sehr weirder Name. Habe sogar auch gesehen, habe ich gerade zwei Sachen tatsächlich schon verkauft. Einmal, ich glaube, Holzschuhe oder so und noch irgendwas, aber ich weiß es nicht. Kennt ihr das? Ihr habt irgendwas verkauft und ihr wisst nicht was? Naja, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn ihr gerne mehr sehen möchtet, zumindest von mir, I don't know, ich streame auch gelegentlich auf Twitch. Meinen Kanal verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Und auch die Discord-Gruppe, also komm in die Gruppe, wo auch niemand miteinander redet. Aber es ist trotzdem ganz cool, weil da kann ich auch immer viele Zuschauer oder so erreichen oder sie schreiben mich an, falls mal immer irgendwas ist. Ist eigentlich immer ganz cool, also hat schon auch seinen Nutzen auf jeden Fall. Perfekte Werbung. Ich wünsche euch auf jeden Fall, was Leute, einen schönen Abend, schönen Tag. Je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt. Und ja, haut rein. Euer Andi. Ciao. Das ist schon gemein, wenn ich jetzt die Szene einspiele. Ob der Wagen mit dem Wahlknochenpanzer, ne? Ihr arme Schweine, müsst ihr euch das noch angucken. Und ihr seht nicht mal das Ergebnis. Eieiei. Naja, haut rein. Im Moment. Bis zum nächsten Mal.